Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal und heute gibt es eine weitere Ausgabe der Hertha BSC News und jetzt fängt es an richtig stressig zu werden. Bis morgen 18 Uhr können wir Geschäfte abwickeln, denn morgen ist schon der Deadline Day dieses Transferfensters und wir haben noch jede Menge zu erledigen und damit willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es die neuesten Transfer-News rund um Hertha BSC. Ich möchte über die vier Spieler sprechen, die ich gestern euch aber jetzt vorgestellt habe und ich möchte auch noch über den ein oder anderen weiteren Spieler sprechen. Ich würde sagen, verlieren wir jetzt so viel Zeit und sprechen wir über die erste Thematik des Tages und zuallererst möchte ich über Dayshon Redan sprechen, denn dort gibt es auch neue Informationen. Dayshon Redan ist ja momentan verliehen an den FC Ytricht in die 1. Niederlandische Liga, aber dort macht er keinen guten Eindruck. Wir haben im Sommer den Vertrag mit ihm verlängert und ihn für ein Jahr in die Niederlande verliehen, aber dort spielt er momentan alles andere als gut. In 14 Spielen in der 1. Liga konnte er nur einen einzigen Treffer beitragen. Insgesamt kommt er überhaupt nicht gut in Form, ist jetzt immer und immer weniger Stammspieler, spielt überhaupt nicht mehr in der Startformation und ja, die Laie zum FC Ytricht ist so ein bisschen gescheitert und er soll jetzt erneut verliehen werden und zwar erneut in die Niederlande und zwar zum FC Emmen. Und auch dort soll eine Kaufoption wohl integriert sein. Der FC Ytricht hatte auch bereits eine Kaufoption als Vertragsoption integriert, aber die natürlich verfällt jetzt und ich bin gespannt, wie er sich beim FCM schlägt. Ich wünsche ihm auf jeden Fall viel, viel Glück, aber wenn man darüber nachdenkt, wir hatten für ihn im Jahr 2020, nee es war 2019, im Sommer 2019, da hatten für ihn eine Ablösung im Bereich von 3 bis 4 Millionen Euro gezahlt, also viel zu viel Geld und so richtig konnte er weder das Talent noch das Potenzial nachweisen. Er hat glaube ich mal so ein paar Einsätze unter Ante Schovic bekommen, aber so richtig was sein konnte er nie und diesen Transfer werde ich auch nicht verstehen. Leider konnte er bei uns nie so wirklich Fuß fassen und wurde immer verliehen. Ich glaube, der war schon an Groningen verliehen, an Pexwolle, an FC Ytricht und jetzt halt zum FCM. Das sind bereits vier Vereine in der ersten jährlichen Liga, aber auch dort überzeugt er nicht wirklich. Also diesen Transfer, den werde ich wohl nie verstehen und das tut einfach weh um das Geld. Extrem schade, nun gut, ich wünsche dir trotzdem viel, viel Glück beim FCM und hoffe, dass er dort wieder in Form findet und vielleicht auch dort die nächsten Entwicklungsschritte machen kann. Er ist immer noch jung, wir haben ihn ja glaube ich mit 18 Jahren verpflichtet, jetzt ist er gerade mal 21 und ich glaube, da ist noch Potenzial bei ihm auf jeden Fall da. Nun gut, sprechen wir über die Spieler, die ich gestern euch präsentiert habe. Ich habe ja gestern ein Video hochgeladen, wo es um eine Liste an Spieler geht, die wir unbedingt verpflichten wollen. Es ist ja momentan so, wir suchen Verstärkungen auf jeder Position und vor allem die Inverteideposition, die Achter- bis Zehner-Position und unsere Offensive soll verstärkt werden. Wir haben in der Hinrunde ganz klare Defizite gesehen. Aus dem Mittelfeld kam viel zu wenig Kreativität, also wirklich, wir hatten da keine Option, Chance zu kriegen. Im Endeffekt hat uns die offensive Durchschlagskraft auch gefehlt. Mit unserem Flügelspieler ohne Iyuke geht gefühlt kaum was. Marco Richter spielt er momentan auf der linken Seite, aber er hat einfach kein Tempo für diese Position und ist meiner Meinung nach eher im Zentrum besser aufgehoben als auf der linken Seite. Auf der rechten Seite, Döduke Bakio macht das halt eben sehr gut, aber wenn er ausfällt, haben wir eben auch dort wieder Probleme, denn Kieran Insona und Iyuke sind beide verletzt. Und Kanga im Sturm, er macht auch keinen guten Job, dafür haben wir ja Florian Nierlechner geholt. Ich bin gespannt, wie er jetzt hier in diesem restlichen Saisonverlauf noch auf unser Spiel Einfluss nehmen kann. Aber ansonsten fällt da eben auch auf, dass wir auf der Inverteideposition nicht gut aufgestellt sind, dass wir gefühlt jedes Spiel einen Standard gegen Tor kassieren, dass dort es einfach auch an grundlegenden Attributen fehlt, Kopfballstärke, Zweikampfstärke und teilweise auch der Spielaufbau ist mangelhaft. Und das sind alles Defizite, die haben wir in der Hinrunde gesehen und wir haben viele Punkte verschenkt und jetzt wollen wir in den letzten beiden Tagen des Transferfensters irgendwie noch was retten und das, nachdem wir Fredi Bobic gefeuert haben. Und jetzt soll es losgehen. Wir sind an diesen vier Spielern interessiert. Maximilian Philipp, Selim Amala, Yannick Westergaard und Gautier Hain. Das sind die vier Spieler, an denen wir interessiert sind. Fangen wir an mit Spielern Nummer 1 und sprechen wir über Maximilian Philipp. Ja, der Wechsel wird nicht zustande kommen. Philipp ist wohl zum VfL Wolfsburg gewechselt. Ich finde es schade. Ich hätte Maximilian Philipp unfassbar gerne bei uns gesehen. Er ist ein Spieler, der momentan auf der Resterrampe ist, der also relativ billig zu haben gewesen wäre, vor allem für eine Laie relativ billig gewesen wäre und einfach schon für Freiburg und Dortmund seine Bundesliga-Qualitäten bewiesen hat. Ich glaube, er hätte auch sehr gut in unser System gepasst und wäre eine zusätzliche Bereicherung für unseren Sturm gewesen. Er kann auf links spielen, hätte im Sturm spielen können, sogar auf rechts oder auf der ZOM-Position hätte er spielen können. Leider kommt dieser Transfer nicht zustande. Tut extrem weh. Ich hätte ihn super gerne bei uns gesehen. Aber Grund soll vor allen Dingen die Entlassung von Fredi Bobic sein. Er war lange Zeit, so berichtet es zumindest Sky, auf dem Weg zu Hertha BSC zu wechseln. Jetzt hat man aber Fredi Bobic entlassen und er hat sich im Endeffekt für Werder Bremen entschieden. Er wechselt nämlich zu Werder Bremen. Extrem schade, ich hätte ihn gerne bei uns gesehen, aber ich hoffe, dass die Verantwortlichen bei uns, das heißt Benjamin Weber und Zecke Neuendorf, irgendjemand anderes noch aus dem Hut zaubern. Denn ich finde, wir sollten uns trotzdem in der Offensiv verstärken. Wir brauchen dort mehr Variabilität und vor allen Dingen, wir haben die letzten drei Spiele gesehen. Die letzten drei Spiele, wir haben einen Glücksreffer gegen Bochum erzählt, gegen Union kein Tor gemacht, gegen Wolfsburg kein Tor gemacht und offensiv hatten wir auch keine wirklich zwingenden Chancen. Boetius im Mittelfeld war viel zu schwach, ist momentan nicht in Form. Richter auch sehr, sehr schwach. Ich bin wieder mal erschrocken, wie schwach Richter in manchen Spielen ist. Und wenn Lüke Bakion nicht in Form ist, dann geht gar nichts. Wir müssen uns in der Offensive auf jeden Fall noch in der Breite und in der Qualität verstärken. Es ist schade, dass Maximilian Philipp nicht zu Hertha BSC wechseln wird. Der zweite Spieler auf der Liste war Gautier Hain. Gautier Hain ist ein Spieler, der aber höchstwahrscheinlich zu Hertha BSC wechseln wird. Und dieser Transfer wird immer und immer wahrscheinlicher. Und er soll sich, wie gesagt, bereits auf dem Weg nach Berlin befinden und soll offenbar morgen vorgestellt werden. Also ein interessanter Spieler, Gautier Hain, kommt aus Frankreich, aus der ersten französischen Liga von A.J. Angers. Und ich finde, er ist ein interessanter Spielertyp. Er ist 26 Jahre alt, kann auf dem rechten Flügel eingesetzt werden, aber kann sogar im Sturm oder auf der linken Seite eingesetzt werden. Und ich finde, sein Spielertyp passt sehr gut zu uns. Ich habe mir einige Highlights-Videos angesehen. Aber ganz im Ernst, diese Highlights-Videos, die blenden nur. Ich dachte auch, als wir Dong-Jung Lee verpflichtet haben und als ich mir da die Videos angesehen habe, dass wir einen richtig geilen und starken Flügelspieler verpflichtet haben. Aber am Ende, was haben wir bekommen? Eine absolute Niete. Also möchte ich mich von diesen Videos nicht blenden lassen, aber ich finde, man kann so trotzdem seinen Spielertyp aus diesen Videos ableiten. Er ist ein Spielertyp, der sehr gut zu unserem Konterspiel, vor allem zu dem Spielstil von Sando Schwarz, passen wird. Und ich finde allgemein, dass er diesem Spiel sehr gut tut. Wenn man mal geschaut hat, wie er spielt, er ist ein Spieler, der sehr viele Flanken schlägt, der meiner Meinung nach auch super viel dribbelt. Er dribbelt viel, schlägt Flanken und insgesamt auch sehr, sehr viele lange Pässe. Mit lange Pässe meine ich vor allem zum Beispiel Seitenverlagung. Er verlagert das Spiel gerne und sucht selber aktiv nach Räumen. Gegen den Ball ist er meiner Meinung nach auch ein sehr überragender Spieler. Läuft viel, läuft vor allem sehr gut an. Und ich glaube, diesen Pressing-System mit diesem frühen Ballgewinn, da kann er bei uns sehr, sehr gut überzeugen. Man muss eben sagen, dass er wirklich am besten für das Konterspiel geeignet ist und dass er damit auch sehr gut zu uns passt. Und er kann auch als Stürmer spielen. Er hat dieses Tempo auch drauf. Und ich kann mir vorstellen, dass er bei uns funktionieren kann. Wie gesagt, die High-Date-Videos machen einen ordentlichen und keinen schlechten Eindruck, aber ich lasse mich davon nicht blenden, denn diese Saison verlief alles andere als gut. In 18 Spielen in der Ligue 1 konnte er nur einen Treffer erzielen. Und wenn wir mal schauen, was wir sonst noch so für französische Flügelspieler verpflichtet haben, da haben wir bisher keinen guten Riecher gehabt. Wir hatten Mauli da, der insgesamt zwei Tore in seiner kompletten Hertha-Karriere erzielen konnte und ansonsten untergetaucht ist. Und wir hatten Kieran Insona. Und Insona hat bisher nicht ein Spiel gemacht. Und der ist schon seit einem Jahr schon hier. Sehr, sehr schade. Aber er wird es hoffentlich besser machen. Ich weiß nicht, ob ich ihn holen würde. Der erste Eindruck ist vielversprechend. Und ich hoffe, dass dieser Transfer funktioniert. Es ist ein Transfer mit einem gewissen Risiko, dass er bei uns die Leistung von der letzten Saison erreichen kann. In der letzten Saison hat er auch für Auger gespielt. Er spielt in der zweiten Liga, aber in der Ligue 2. Dort konnte er hingegen sogar überzeugen mit, ich glaube, es waren 16 Scorer in der kompletten Saison. Das waren so gute Werte für einen Flügelspieler, auf jeden Fall. Vor allem auch die Franzosen, die sind sehr unglücklich, dass er geht. Und mal sehen, was bei uns daraus wird. So, damit bleiben jetzt noch zwei Spieler übrig. Zum einen Zidim Amala. Zidim Amala ist ja momentan für Standard Lüttich unterwegs. Wir sind an ihm dran. Wir sind an ihm interessiert. Das Ding ist, er aber nicht an uns. Er würde gerne zu Real Valladolid wechseln und befindet sich bereits in Spanien und wartet nur noch auf die Freigabe von Standard Lüttich. Wir wissen, Standard Lüttich ist Teil dieses Investor-Netzwerks 777 und vielleicht lässt sich da trotzdem noch was arrangieren. Es ist wahrscheinlich momentan eher unwahrscheinlich, dass er zu uns kommt, denn Real Valladolid versucht, ihn wirklich intensiv zu verpflichten. Das Interesse, natürlich als Marokkaner nach Spanien zu gehen, ist höher, als zu uns in den Abschiedskampf zu kommen. Aber sogar rein theoretisch wäre 777 bereit, die Ablösung in Höhe von 2 Millionen Euro zu bezahlen und ich glaube, insgesamt wäre das auch ein extrem guter Transfer. Er ist ein Spielertyp, der uns gefiltert. Boetios macht keinen guten Eindruck und ich glaube, er würde sehr, sehr gut zu uns passen und ist auch von der Spielweise ein offensiver Achter, ein sehr offensiver Achter oder ein Zehner, einer, der Kreativität in unser Zentrum kriegen kann. Und ich glaube, er würde sehr, sehr gut zu uns passen. Vor allem, wenn wir wieder auf dieses 4-2-3 einsetzen. Dort auf der Zehnerposition ist er insgesamt, wenn dahinter noch zum Beispiel ein Toussaint und ein Serdar stehen, wirklich ein Spieler, der aufblühen kann. Und ich kann mir vorstellen, dass er bei uns funktionieren kann. Aber wie gesagt, ein Wechsel, wenn er nicht von 2 bis 7a regiert wird, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich bin gespannt, was da noch morgen geht. Aber momentan sollten wir da mal den Ball flach halten. Ich hoffe, dass man da aber sich noch nach einer weiteren Alternative umschaut. Und dann haben wir noch auf der letzten Seite Yannick Westergaard. Das ist der einzige Spieler, zu dem ich keine neuen Informationen habe. Das heißt, Hertha BSC ist weiterhin an ihn interessiert. Und man möchte diesen Deal auch noch tatsächlich arrangieren. Aber auch dort müssen wir eben ganz genau schauen. Yannick Westergaard spielt bei Leicester City. Er ist, wie ich finde, ein Innenverteidiger. Sehr, sehr gut zu uns passt. Er hatte 1,99 Meter groß. Er ist ein Riese. Wäre für Standard-Situationen schon mal ein absoluter Held für uns. Und insgesamt hat er in der Premier League für Leicester City in der Saison nicht gespielt. Er ist eher, sagen wir mal, Rotationsspieler. Wenn nicht sogar komplett außen vor. Und ich glaube, hier könnte man wirklich etwas arrangieren. Eine Laie ist, denke ich mal, das realistische Szenario, in dem wir eben nicht das ganze Gehalt übernehmen. Der ist gerade in England, Digga. Bei Leicester City verdienen wir so viel Gehalt. Da kommen wir nicht mehr am Ansatz ran. Vor allem, wenn wir ja unser Gehaltsniveau immer und immer weiter senken wollen. Ich wäre aber trotzdem dafür, ihn unbedingt zu verpflichten. Er kann der Boss in der Verteidigung werden. Und so einen brauchen wir. Kempf und Rochel. Kempf und Orenvich, das funktioniert so nicht. Da sind wir mal ehrlich, das funktioniert so nicht. Gegen Union sah es halbwegs okay aus. Aber da sind wir mal ehrlich, gegen Wolfsburg, was war denn das da? Wahnsinn. Also, lieber Westergaard verpflichten und einen weiteren defensiven Mann holen. Und dazu am besten noch zum Beispiel ein Amala und ein Gautier Hain. Und dann sind wir halbwegs gut aufgestellt für die Rückseite. Wie gesagt, bei Amala müssen wir abwarten, was passiert. Ich wünsche es mir so sehr. Ansonsten bin ich wenigstens froh, dass wir überhaupt was machen. Bei Fredi Bobic wäre dieser Kader so geblieben. Beziehungsweise wir hätten nur noch zum Beispiel Maximilian Philipp geholt. Aber ansonsten weiß ich nicht, was wir da getan hätten. Interessant ist auch eben, dass Kai Bernstein und Fredi Bobic wohl einander geraten sind. Kai Bernstein hatte vorgeschlagen, Max Kruse zu verpflichten. Dem hat Fredi Bobic sich entgegengestellt. Ich weiß nicht ganz, was ich davon halten soll. Ich würde Max Kruse eigentlich schon gerne bei Hertha sehen in dieser momentanen Lage. Aber bis er fit ist und eben auch an seinem Niveau rankommt, vergeht auch wieder jede Menge Zeit. Von daher ist es sogar vielleicht besser, dass wir ihn bis hierhin noch nicht gut haben. Wer weiß, was dieses Transferfenster noch passiert. Ist ja noch ein Tagszeit. Morgen gibt es mein Abschlussfazit zum Transferfenster. Wir sehen uns bis morgen Abend. Schönen Tag euch noch. Schönen Tag. Du kannst wählen.